Let's say user model chat. Okay. Schemita FMK1. The stick just said that is user modeled. Ich kenne das. Also von der Optik her kenne ich das. Mit dem Namen kann ich nichts anfangen. Mit dem Namen kann ich absolut nichts anfangen. Let's cockpit. Walneby. Okay. Yep, we are getting close. Okay, wir sehen was wahrscheinlich funktioniert. Das ist auch mal schön. Prima. Merk, mit. Wir brauchen Unidos und erst wieder. Los geht. Ja, autonom le��. klingt sich jetzt nicht schlecht das ding äh lustig ist es ein oh shit ist es ein fighter oder Bombo wow me dead, me dead, me dead ja herr remote engaged bauen wir das ding mal schön draus ja herr remote Bewaffnung, Modifikationen, Sidewinder, AGMs, die ich nicht anfassen werde, 4000 Kilogramm Bomben, oder Pounder, 500 Kilogramm Bomben, oder APMK2s, oder die Kombination aus beiden, Interessant, wo kommen diese Sidewarn dahin, ah ok, Strachfahrt, ja. Die Standardfrage, Singletop oder Moody Drop. Versuchen wir das Ding mal. Woa, 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 woa. Ok. mit topspose dass sie im teil wo ist der fernflieger so jetzt gucken wir mal was das ding ist richtig ist nichts um die halten wir die geschwindigkeit und hochziehen Ok. Liegt sie stabil. Wie immer Flügelrib. Ich möchte wissen, bei wie vielen Flugzeugen das in echt passiert ist. Die FMK-1. Kann interessant werden. Muss man mal gucken.